Hallöchen Leute und Willkommen zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Wir haben ja zuletzt The Walking Dead Season 1 durchgespielt. Und jetzt geht es natürlich weiter mit der nächsten Staffel. Clementines Reise geht weiter. Ein Kampf ums Überleben in einer wahnsinnigen Welt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Kann sie also überhaupt jemandem trauen? Das wollen wir mal herausfinden. Ich denke auch wieder, das wird 5 Episoden haben. Du hast sogar hier meine Entscheidungen. Die Musik ist gerade ein bisschen laut. Ich muss gerade kurz ein bisschen leiser machen. So passt. Okay. Alle Einstellungen erstmal. Untertitel. Ja, wo waren das jetzt nochmal? Einschränkungen wahrscheinlich. Was ist denn die automatisch an? Anscheinend? Ah ja, hier an. Oder dritte Anzeigen. Okay. Ich würde sagen, starten wir rein in das Abenteuer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr zu sehen, wie jetzt die Reise weitergeht mit Clementine. Ah ja, okay. Die Speicherdatei von unserer ersten Staffel. Alles was übrig ist. Das heißt, unsere Entscheidungen aus dem ersten Teil werden übernommen. Baut auf eine Entscheidung und den Konsequenzen von Staffel 1 auf. Das Spiel sucht jetzt automatisch ein System nach einer Speicherdatei von Staffel 1. Ja, gut, mach das. Will ich auch so haben. Was? Um die Geschichte jetzt fortzusetzen, will ich jetzt einen Speicherplatz in Staffel 1. Entscheidungen aus nicht abgeschlossenen Episoden werden automatisch generiert. Okay. Ja, ich hab ja alle abgeschlossen. Hier. Ich bin Clementine. Ich bin Clementine. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du bist. Das ist wie die Welt funktioniert jetzt. Wir? Das sind die schlechte Menschen, die Menschen? Ich hoffe, dass du wissen, was du mit ihr machst. Ich habe es. Molly sagte, dass Crawford das einzige Ort in der Savanah ist, die noch hat Menschen. Das bedeutet, dass es dort wo meine Mutter und Vater sind. Okay. Du kannst kommen. Aber du musst, dass du ruhig bleiben. Clementine! Clementine! Nein! Nein! Ich weiß, wie ein Vater zu sein. Sie würde sich nicht auf das, was sie mit dir ist. Nein! Nein! Ich habe meine Eltern gesehen. Ich weiß. Ich weiß. Du musst mich schrauben. Lee. Nein! Nein! Ich weiß. Ich weiß. Sieh! Sieh! Ich weiß. Aunque Sie barnen w cudern. jemanden Sieh. Sieh. N shoulders. W sost cu thrown. Sieh. Ja, das war jetzt nochmal die ganze erste Staffel kurz zusammengefasst. Und da hat sie ihn ja auch gerade erschossen, das heißt, das war ja auf jeden Fall auch unsere Entscheidung, deswegen wird alles übertragen. Das finde ich allgemein sehr gut bei den Telltale-Spielen, das machen sie glaube ich immer, wenn es eine Fortsetzung gibt, dass sie dann die Möglichkeit bieten, deine Entscheidungen zu übertragen. War das jetzt, was ist denn dahinter? Ah, und das sind Omid und Krista, okay. Okay, dann hat sie es also gefunden. Dann waren das die zwei am Ende von der ersten. Ich meine, es sind doch die einzigen aus der ersten Staffel, die übrig sind. We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid II. No. Omid Jr. No. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista, that's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially the little Omid future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Wie viele Monate spielt es eigentlich nach dem Ende von 1, weil der Bauch ist ja schon viel größer. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? What's that? Good, no one's here. Guess it's safe to get cleaned up. better oh shoot wer wäre jetzt jetzt reingerollt in die hintere, oder? ja Oh oh Ja super, der Rucksack ist noch da draußen I see you Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. What are you doing? Get out here. You got anything on you? Come on, let's see. I ain't gonna ask again. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll talk to you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where did you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit and more shit. Oh, that's so meat. Sehr good. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry little fish? This your daddy? What a bozo. Nein. 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 Knall die Schlampe ab. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Wieso sterben denn alle? Ach komm, so könnt ihr doch nicht die Staffel anfangen. Das geht doch nicht. Es gab nur noch die Zweifel, Clementine. Ihr könntet jetzt hier auch noch einen wegnehmen. Das ist ja ganz allein. 16 Monate später. Krista, sprich mit mir. Krista, sprich mit mir. Das kann nicht funktionieren. Schau mal das. Es ist pathetisch. Die Bäume ist zu schmerz, um zu schmerz. Es ist mehr Schmerz als Flamme. Was können wir noch machen? Findet etwas, das schmerz, vielleicht. Ich weiß nicht. Es wird nicht leicht, in der Schmerz und in der Schmerz. Du solltest das machen. Du solltest das machen, nicht ich. Tenden ein Feuer, so du kannst und schmerz. Es ist etwas, was du kannst, Clementine. Insofern... We need to find a group. People we can trust. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Not anymore. Es wird besser sein. Es wird besser sein, aber ich weiß es nicht. Es muss sein. Ich weiß es wird. Wir sehen. Wir müssen nur weitergehen. Wir gehen weiter. Hi, Miss Lee. Ich bin sicher, dass du das. Ich werde nachdenken. Du wirst den Feuer aufbauen. Ich bin sicher. Das war das Bild, das Lee abgerissen hat. Und seine Familie. Kenny und seine Familie. Ja. 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 Vielen Dank. Äh? Ah, gedrückt halten, oder wie? Äh? This won't burn. This might burn. Foto von Lieferbrännen, bist du bescheuert? Oh nein. Oh nein. Okay. I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's... it's just me. Come on, guys. She's not sane. What the fuck? Krista, run! Hey! Get the fuck over here! Now! Fucker. Come out here, girl! I'm not fucking around! Shit! Get the fuck over here! God damn it! Oh! Oh, you got that R2! Ah, R2 is it! gibt's ul tumori heute row there. Irgendwie reverent oder so. Woah! There we gotta even get into the house. Hit me now. erstmal Fennellt! Alter. Jesus, are you fucking kidding me? You were on my last fucking nerve! Stop fucking kicking! Oh shit! Oh shit! Nein! Damn! Oh shit! Alter, ist das hektisch, das Spiel! Also er ist nur daran gewöhnt, dass man immer R2 drücken muss, wenn er was zieht. Sonst war es immer irgendwie X. Und die Quick-Time-Avents sind anscheinend, dass man in eine Richtung drücken muss, okay. Ja gut, ich mein, im ersten Tag gab's ja gar keine Quick-Time-Avents, wirklich. Außer man natürlich dann irgendwie Zombies angreifen muss, oder... Aber halt so welche Quick-Time-Avents gab's im ersten Teil noch gar nicht. Ja und jetzt sind wir mal wirklich ganz allein. Und ob die Krista jetzt noch lebt, das wissen wir jetzt gar nicht, oder wie. Ich koffere mich nicht, oder wie ich Clarke hab's? Ich freure mich mal jeden Mal! 반fuchung ... Das war's für heute. Krista, bist du da? Das war's für heute. Ja, ist super. Okay, gut. Wir machen es im nächsten Mal weiter bei The Walking Dead Season 2. Bis dann und ciao.